Wenn ich doch online arbeiten muss, dann kannst du uns die ganze Zeit über Telefonkosten, über Sport. Das mache ich immer so, im Büro, dann ziehe ich es auch in so ein Stick. Also meine Eltern nach Ettlinge und schon alle E-Mails von dort raus. Ja, die haben jetzt irgendwie was zugeschrieben. Ja, kein Internet. Ja, drei Tage sogar. Ja, da geht doch nicht so. Ja, das dauert. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020